...und im Juni in Begleitung zu ihrer Open-USA. Fahren Sie für eine Woche ein E-Klasse-Cabrio von Mercedes-Benz und entdecken Sie die schönsten Straßen Kaliforniens, bevor Sie zur WM-Eröffnung in Chicago unsere Mannschaft unterstützen. Gewinnen können Sie außerdem das mobile Mediencenter für Audio, Video, Kommunikation und künftig auch Navigation, den neuen Berlin von Blaupunkt. Ein Exklusiv-Handy von D1. Telefonieren Sie damit ein Jahr lang ohne Grundgebühren und mit zusätzlich tausend freien Gesprächsminuten. Eine Lufthansa-Flugreise für zwei Personen in die Stadt des letzten deutschen WM-Erfolges nach Rom. Und darum geht's. Vor vier Jahren in Italien schoss Andreas Brehme kurz vor Schluss das Siegtor gegen Argentinien. Deutschland gewann mit 1 zu 0 und war zum dritten Male Weltmeister. Der Schiedsrichter hatte auf Elfmeter entschieden, weil ein deutscher Spieler im Strafraum zu Fall gekommen war. Unsere Frage, wie hieß jener deutsche Spieler, der zu Fall gekommen war? War es A. Lothar Matthäus, B. Jürgen Klinsmann oder C. Udi Völler? Schicken Sie Ihre Antwort an folgende Adresse. ZDF-WM-Gewinnspiel 55 112 Mainz. Einsendeschluss ist der 1. Juni 94, der kommende Mittwoch. Es gilt das Datum des Poststempels. Stempel.